Ich wollte mein Zeugnis erzählen und mitteilen, was das für mich getan hat. Wir befriedigen uns und wir haben einen Schwert haben. Es ging dort wieder und ich weiß immer nicht mein Mann. Ich sagte, man wollte auch mal so eine feine Person sein, als ich wäre, und hat wie entscheidet leben. Es war wie eine Fähne. Ich wusste aber nie, wenn ich einen Arm war. Ich hatte drei Fängers in mir. Wir waren wieder im Zentrum. Wir waren wieder mit zwei Werkbären. Ich konnte nicht verstehen, wir hatten Plotische Klassen, aber ich konnte nichts vernehmen. Ich konnte bloß dort vernehmen, und ich konnte nicht sehen, dass ich einmal den Windhof aufmuhlen habe. Ich wusste das. Dann war ich danach einmal in meinem Mann. Ich wusste es. 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 Ich wusste es, was ich für einen Feinen-Mensch ist. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, was es bedeutet. Ich wusste es. wieder an der zweite Wege und dann hörte wir in der Klosse. Und dann sagte ich schon, am Morgen geht der Klosse von einem feinen Mensch. Und dort drehte ich mich kurz an. Und dann dachte ich selbst, aber wo habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe gegrabelt durch den Tag und danach. Aber ich wusste nicht, wo ich meine Haut soll verbeteren, denn das Leben kann besser sein wie uns. Und am nächsten Tag, wenn ich so an der Nacht habe, dann fragte ich mich, er wurde nicht vertreten, er wurde der Klosse vertreten. Und dort sind wir acht Jahre, acht Jahre drehte ich nicht wieder in Bern. Und dann kam der Klosse nach Klosse, in meinen Augen war er schon an der Munde. Und einer sieht, dass er den Schmolen war, und dann er ganz unten tritt. Und an der anderen sieht, dass er den Bräuten war, und dann er lacht, dass er die Bedeutung besitzt. Und er war ein doll Menschen, und er war ein dolles Mensch, und er war ein dolles Pferd. Und er war ein dolles Pferd. Und dann schaue ich die Bibel, und er lacht, dass er die Evangelium von Johannes, Kapitel 3, von 1, 7. Und dann sagte ich, dass er noch niemals angehört wurde, was er lesen hat. Und er legte die Bibel nach, und er legte dort hin. Er hat noch nicht gekürt, und er hat Jesus angenommen. Da er war auf den Bräuten, und er wusste, dass er viele feine Menschen war. Und er sagte, dass er das feine Menschen war. Er kenne ich Jesus. Er sagte, dass er so schnell auf dem Stuhl über mein Herz geschreit war. Und er war es nicht so schnell auf dem Stuhl. Naja, der Tag, er ging nach der Klaus gegen Dary. Dann fragte ich mich, wo er etwas am besten mit Jesus verteilt hat. Er hatte noch nie einiges wiederbekommen. Wo er etwas am besten mit dem verteilt hat, er konnte nur nicht, wenn ich in die Frühstück fahre, und ich konnte einen Saar drüben. Und dann nach oben, wenn ich im Stichstück war, dann drehte ich mich auf den Knoll. Dann fragte er etwas an der Klaus, Alles aufzuloten, alles, was in dieser Welt wird, dann soll ich mich aber annehmen. Und dort wird Jesus gewusst, dann ein Eck wieder nach. Dann seht ich Jesus. Ich habe mich sehr gebraucht in meinen Mohn und in meinen Kängern. Dort wollte ich aber nicht aufloten. Und dort wird Jesus gewusst, wenn ich zwischen zwei Wegen war, ich konnte nicht drehen und nicht haben. Ich habe bloß eine Säure Säure aus. Aber ich habe gesagt, dass mein Mann aufloten hat und alle Kängern. Ich wollte nur dich, du bist dein Nummer eins näher mir an. Und dann bräuchte ich so eine Säure Säure an mich. Ich konnte bloß nicht nüfteln. Ich war nicht belevt. Ich wollte bloß nicht von wo ich rede. So eine Säure. Und dort wird noch mehr Säure. Und ich habe so eine Mäude. Und dann leere ich mich durch. Und dann schläupe ich an. Und dann wird mehr Säure Säure. Ich habe so eine Säure abgewacht. Und ich habe noch nie in meinem Leben. Und dann kamen wir. Dann sagte ich im Baar. Dann habe ich gedacht, wo kann ich in das feine Haus sein? Wo ist das sonst? Dann fang da wieder mit dem Schlag nicht mehr an. Mit dem Hüge tunte nicht. Ich bin nur so ein Mäude. Ich bin nur so ein Mäude. Ich habe nur so ein Mäude. Und dann kamen wir noch ein Teufel von Jesus hier. Ich habe nur so ein Mäude. Ich habe nur so ein Mäude. Ich habe auch alle anderen. finden kann. Ich lebe ihm in Dank, ich lebe das Zentrum, wenn ich wieder zurückgegangen bin, wenn wir bloßt in Ferien und in Gravation haben. Dann fragte ich, wenn es nicht so gut ist, dass ich nicht träumte. Ich wollte tränen. So schön ist es, dass ich in der Bibel alles werden wir heute nicht mehr gewesen. Nein! Dank an Jezus, ich lebe an und lebe an alle ihr, am Himmel.